Was kann man denn daraus denn noch alles machen? Glasbaustein, meine Güte. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Leute, wer kennt denn diese Glasbausteine noch? Ja, die sind immer verbaut worden in Gärten, in Garagen, in Bädern teilweise. Und viele haben noch so einen Glasbaustein als Ersatz, irgendwo vielleicht daheim rumfliegen. Wer weiß, aber man kann diese Glasbausteine natürlich auch aktuell noch ganz normal kaufen. Die kosten nur ein paar Euro im Endeffekt. Und wir bauen uns daraus aber heute einen richtig coolen, kann man es retro nennen, diese Glasbausteine. Ich glaube schon, Retro-Schnapsspender bzw. einen Getränkespender. Als Hauptzutat brauchen wir natürlich für diese Bauernleitung einen Glasbaustein. Ich habe es ja gerade eben erwähnt, viele haben sowas noch vielleicht daheim rumliegen oder kennen jemanden, der sowas haben könnte. Wenn nicht, ihr könnt das Ganze auch für ein paar Euro im Internet bestellen oder im hiesigen Baumarkt gibt es die teilweise auch nochmal. Also schaut es da einfach mal nach. Ich werde natürlich versuchen, euch das unten alles zu verlinken. Apropos verlinken, ich werde natürlich unten in der Videobeschreibung alles, was ich hier nochmal verwende, werde ich natürlich euch unten verlinken. Natürlich brauchen wir noch einen passenden Ausgusshahn dazu. Da habe ich hier einen aus Edelstahl. Wir brauchen einen Glasbohrer, noch einen Kleber und Restholz. Man kann Restholz verwenden, man kann auch hier neues Holz verwenden. Ich habe jetzt hier noch ein Stückchen Eiche-Leimholz hier rumliegen und noch einen Rundstab. Ja, jetzt habe ich mir natürlich Gedanken machen müssen. Wir müssen den Ausgusshahn ja irgendwo hier ins Glas reinbekommen. Den müssen wir ganz weit unten ansetzen und wir müssen den ja irgendwie befestigen. Gegenkontern oder mit der Mutter können wir ja nicht festdrehen. Wir kommen ja hier nicht in den Glasbaustein so wirklich rein, um die Mutter festzuhalten. Deshalb müssen wir da, ja, wir müssen das Ganze kleben. Jetzt habe ich mir natürlich jetzt schon vorher Gedanken gemacht, wie klebe ich einen Hahn hier rein, der dann, ja, festhält und vor allem lebensmittelechter Kleber. Jetzt googelt mal nach lebensmittelechten Kleber. Ihr findet so gut wie nichts. Es gibt natürlich lebensmittelechtes Silikon, aber Silikon ist ja dauerweich im Endeffekt, dauerelastisch und das würde mir nicht gefallen, wenn man hier die ganze Zeit diesen Hahn hier bewegt hier. Und nee, das kam für mich nicht in Frage. Jetzt habe ich viel gegoogelt, habe auch mit der Firma Wicon telefoniert. Ich habe hier einen Knetkleber, hier 2K-Kleber gefunden, der lebensmittelecht ist, nicht echt ist, lebensmittel, wie sagt man dazu, lebensmittel zugelassen ist und auch alkoholbeständig ist. Aber damit wir den Kleber nicht sehen, haben wir hier noch dieses, diese, dieser Schutz hier drauf. Der wird dann auch noch hier hinkommen. Den werde ich aber hier mit 2K-Kleber einfach, mit dem normalen 2K-Kleber einfach hier unten reinkleben und dann kommt der am Schluss, wenn es zum Abdichten ist, kommt dann dieser Kleber drauf. Also hat dieser 2K-Kleber mit dem Alkohol oder beziehungsweise mit der Flüssigkeit nicht, kommt nicht in Verbindung, sagen wir mal so. Bevor wir starten, noch eine kleine Challenge an euch. Ich weiß es, Leute, wie viel Milliliter oder Liter passen in diesen Glasbaustein rein? Der hat eine Größe von 19 auf 19 Zentimeter und eine Breite von 8 Zentimeter. Und jetzt schätzt einfach mal, was da reinkommt. Und das Ganze schreibt ihr bitte, bevor die Auflösung am Schluss kommt, in die Kommentare rein, was ihr so denkt. Ja, this baby said that they don't got a future, future like that. It burns, so give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day, she would have wished he stayed, but they're done. Sorry, this won't be enough this time. Ja, he's calling all his friends to get some action, I'm distracting right now. It's fine, got Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my love right now. Red eyes while he's side. Don't you wanna have fun? Fool around with someone. Don't you wanna have fun? Never mind my dumb heart. It needs a little kickstuff. Don't you wanna have fun? Oh, 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 oh. Don't you wanna have fun, fun? Don't you wanna have some fun? Ooh, who needs a job to be the rent is busy? Gotta feel free sometimes, but What does it make you, will only make you stronger If you believe what they're side? Oh, 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 oh. Never mind my dumb heart. It needs a little kickstart. So, das Ganze muss jetzt erstmal trocknen. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe hier noch diesen Ring außen hingeklebt. Den brauche ich, erstens mal schaut es schöner aus und zweitens brauche ich den als Auflagefläche hier natürlich für diese Knetmasse hier. Ich habe im Internet auch viel recherchiert nach einem wasserbeständigen oder trinkwasserbeständigen Kleber hier und der natürlich auch alkoholbeständig ist. Außer Silikon habe ich nichts gefunden. Silikon sehe ich jetzt hier nicht als tollen Werkstoff hier oder Kleber an hier. Deshalb habe ich ja wie gesagt mit Wicon telefoniert und das sollte alles klappen. Er hat eine Zulassung für Wasser oder Trinkwasser und auch für Alkoholbeständigkeit. Deshalb war das so wichtig. Ich kann ihn euch natürlich unten nochmal verlinken und es schaut gut aus. Es muss es aber auf jeden Fall nochmal trocknen. In der Zwischenzeit können wir natürlich weitermachen, das ist klar, denn wir werden natürlich diesen Rahmen jetzt machen. Diesen Rahmen werden wir außenrum bauen und werden das Ganze natürlich dann hier schön gären hier auf der Tischkreissäge. Ich werde dann einen Zentimeter höher gehen, weil bei mir kommt dann eine kleine, mini kleine Holzleiste außenrum, dass es genau immer am selben Fleck ist, der Glasbaustein. Weil ich muss ihn ja auch waschen, ich muss ihn ja auch reinigen und das Ganze und deshalb muss ich ihn ja auch rausnehmen können oder auch befüllen teilweise. Und es kommt ja noch da oben noch ein Loch rein, wo ich das Ganze befüllen kann. Da kommt auch ein Stöpsel drauf. Oh, war ja der Stöpsel. Naja, da werden wir mal schauen, wie wir den noch machen, das weiß ich noch gar nicht, aber da lasse ich mir noch was einfallen in der Zwischenzeit. So, und deshalb kommt da eine Holz... Boah, Leute, jetzt fällt mir echt noch was ein. Wartet mal, wartet mal. Ich habe hier noch ein Stückchen LED-Leiste. Jetzt mal ganz ehrlich, der Glasbaustein ist ja hier Glas, das Glas ist ja offen hier. Das ist ja mal geil. Und an der Stelle könnte man doch theoretisch einen, genau an der Stelle könnte man theoretisch noch einen LED-Streifen ins Holz ein bisschen reinfräsen, dass es tiefer liegt und das dann hier... Ah, das mache ich. Leute, das schaut doch bestimmt geil aus, aber nur an den oberen Sachen hier, dass man das nicht sieht, dann leuchtet es so richtig schön in den Glasbaustein rein. Je nach Flüssigkeit, was da drin ist, leuchtet die dann mit. Das schaut mal bestimmt geil aus. Das machen wir, das ist ja eine geile Idee. Und ich bin mal gespannt, wie das geil rüberkommt. Ja, das Baby said that they don't got a future, future like that. Burns, so give him something worse to kill his head with, making forget somehow. Might be that another day, she would have wished he stayed with her blood. Sorry, this won't be enough this time. Ja, he's calling all the stress to get some action and distract him right now. He's fine, got Lucy on the line, let's get this started, where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down, I can't believe my love right now. Red eyes while he's side. So, die Nut ist drin, passt super. Wie ich das Ganze verkabel, dass man das Kabel dann am Schluss nicht sieht, mache ich mir wohl später Gedanken. 8 mm Nut, Oberteile sind fertig. Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das Ganze hier unten machen. Das ist ja das Unterteil und das muss ja dann irgendwo auf Stelzen stehen oder das muss ja irgendwie gerade stehen. Und da habe ich mir gedacht, da machen wir hier diese Holzleisten hin. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal 45 Grad bohren. Tja, wie machen wir das? Am besten gerade reinbohren und dann auf 45 Grad rüberziehen. Und da werde ich mir wahrscheinlich eine Vorrichtung machen. Das machen wir dann so auf circa die Höhe, vier Stäbe rein und ja, Sockel kommt dann unten auch noch hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich werde euch jetzt ein kleines Update jetzt einfach mal geben. Ihr habt ja nur gesehen, was ich gemacht habe, aber ich werde noch mal ein bisschen dazu erklären einfach, damit ihr genauer Bescheid wisst. Der Kleber ist jetzt auch bock bock hart geworden, also der ist richtig schön dicht, dieser Glasbaustein hier, denn wenn er nämlich zu war, ich habe es nämlich gerade vorher die ganze Zeit zu gehabt, und wenn man es aufmacht, dann macht es richtig pssst, also da bildet sich dann irgendwie so ein kleines Vakuum da drin oder so, also es ist komplett dicht. So, was habe ich alles gemacht? Ihr habt es ja teilweise gesehen, aber noch ein paar Erklärungen dazu, ganz schnell, und zwar zusammengeleimt ist ganz klar, diese schrägen Bohrungen hier rein, das hat auch ganz gut funktioniert. Also es geht, es ist nicht hundertprozentig im 45 Grad Winkel, aber es funktioniert, man kann es noch ganz leicht hinbiegen, ist überhaupt kein Problem. Abgesägt und jetzt hier habe ich noch eine Leiste hier hinten gemacht, damit der Glasbaustein hinten nicht rausfallen kann. Also ihr seht es, wenn ich den jetzt hier rein stelle oder so, dann ist der perfekt hier eben, und hinten kann nichts rausfallen. Das passt schon mal. Dann habe ich noch viele andere Löcher gebohrt. Jetzt muss ich mal den Glasbaustein wieder wegstellen. So, ich habe ja hier noch die Nut gemacht hier, das ist nur oben, ihr müsst es natürlich nicht machen, ich habe mal gedacht, ich probiere es einfach mal. Hier habe ich noch die Nut gezogen für die LED-Leiste, die nur von oben rein leuchtet, hinten, dann noch ein Loch durchgebohrt, damit ich das Kabel ziehen kann. Eine kleine Nut gefräst hier, damit es im Rahmen versteckt ist, das Kabel, noch ein Loch gebohrt. Und hier diesen Rundstab habe ich auch noch ein kleines Loch reingebohrt, damit ich das Kabel hier durchziehen kann, damit das Kabel nicht dumm in der Gegend rumhängt, das schaut ja nicht toll aus. Und jetzt hier in der Bodenplatte, die habe ich natürlich ein bisschen angeschliffen, weil es jetzt dunkle Akazie war, und das heißt, ja, lasierte oder geölte Akazie, das habe ich ein bisschen, ja, ich sage es mal ein bisschen rustikaler geschliffen. Und habe hier hinten, wo ist es denn, am hinteren, wo der Rundstab reinkommt, habe ich auch noch ein Loch gebohrt, und da kommt dann im Endeffekt ein kleiner Anschluss rein. Wo ist er denn? Hier, diesen Anschluss hier, Steckernetzteilanschluss, der wird hier reingemacht. Denn, wenn ich jetzt zum Beispiel die LED nicht brauche, möchte ich nicht, dass hier irgendwo dumm ein Kabel rumhängt. Deshalb habe ich das mit diesem Stecker gewählt, und die Buchse, die werde ich hier noch reinmachen. Natürlich, wenn ich das Ganze dann nachher irgendwie verkabel hier, weil ich muss das Ganze ja nachher irgendwie verkabeln, damit ich hier, ja, das wird auch noch Spaß hier alles durchzumachen. Egal, das werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, und zwar, ich habe keine Drechselmaschine. Wir brauchen jetzt hier oben nämlich noch ein Loch. An diesem Loch wird dann praktisch ein Stöpsel reingemacht, ein Korken reingemacht, damit das auch nicht gar nicht rausfallen kann überhaupt mehr. Also hier noch ein Holz ins Holzenloch reinmachen, da mache ich ein 16 Bohr oder 18 Bohrung rein, und ins Glas mache ich nochmal eine 16 Bohrung rein. In diese 16 Bohrung, wie gesagt, wird dann der Stöpsel reinkommen. Ich habe aber keine Drechselmaschine, und ich habe jetzt einen Versuch gestartet. Jetzt werden viele wieder sagen, oh, um Gottes Willen, wie kannst du das machen? Ja, aus der Not heraus macht man es einfach. Ich habe jetzt hier einen Rundstab, das ist ein Prototyp, einen Rundstab verwendet, habe hier eine Schraube reingemacht, habe das in die Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine eingespannt und bin einfach mit der Flex hier lang gegangen. Und jetzt seid es mal ehrlich, das ist mal richtig schön geworden hier. Dieser ist nicht eierig, gar nicht. Und das ist diesen Stöpsel, den ich gemacht habe. Ich muss das nochmal neu machen, weil der nicht hier passen wird. Oder vielleicht passt der, vielleicht muss ich den nur noch anpassen. Das heißt, einspannen mit der Schraube erst rein, mittig gebohrt, reingespannt. Am Anfang hat es natürlich ein bisschen geeiert, aber dann bin ich mit der Flex hingegangen und habe das Ganze richtig schön mit der Flex gedrechselt. Oh, Gottes Willen, wie kann der nur? Ich kann es. Gut, Leute, das müssen wir jetzt noch machen, dann wird es verkabelt und dann ist das hoffentlich dann bald mal fertig. Aber seid mal ehrlich, es schaut doch mal schon mal jetzt richtig geil aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind fertig, Leute. Es ist richtig geil. Es hat auch super funktioniert, mit diesem Stöpsel hier zu drehen, mit dem Winkelschleifer an der Tischbohrmaschine. Es funktioniert. Also, er ist richtig, richtig schön geworden, muss ich sagen. Echt, puh, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß, das macht man nicht. Ja, ja, alles gut. So, das kommt der schönste Teil, ganz ehrlich. Das Ölen. Das Ölen. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Das wird bestimmt richtig geil. Natürlich werde ich hier mein Heliacare Bioöl verwenden. Das ist klar. Alles, was im Video verwendet wurde, werde ich euch unten natürlich in der Videobeschreibung verlinken. So, wir werden jetzt ölen und dann werden wir es befüllen. Bis zum nächsten Mal. Oder was meint ihr? Seid mal ganz ehrlich. Das schaut doch mal sowas von dermaßen mega aus. Jetzt mit dem Stöpsel obendran. Ach, das ist doch mal richtig geil. Und vor allem bin ich mal gespannt, was ihr am Anfang des Videos hier geschätzt habt, was da reinpasst. Denn wir werden das Ganze natürlich jetzt befüllen. Wenn ihr einen langen Trichter habt, dann passt, dann geht das auch so hier zu befüllen. Aber nee, geht nicht. Bei mir, ich habe zu kurz einen Trichter hier. Deshalb werden wir das Ganze jetzt mal befüllen. Und ich bin gespannt, was ihr da reingeschrieben habt. So, zum Befüllen. Ich nehme ihn jetzt einfach hier raus. Ich habe den Glasbaustein natürlich innen richtig schön noch gereinigt. Mit Spülmittel, mit allem drum und dran. Das kann ich euch natürlich auch empfehlen. Das ist klar. So, rausnehmen. Trichter nehmen. Und ich nehme jetzt mal Eistee. Ist das in Ordnung für euch? Nicht, dass das wieder heiß ist. Alkoholiker, der hier Whisky reinhaut. Weil es passt nämlich echt viel rein. Jetzt mache ich auch noch Schleichwerbung. Müsste ich das Etikett eigentlich abkleben. So, jetzt da. Also, ich kann euch schon mal sagen, diese Flasche wird komplett reinpassen. Jawohl. Und dann. Oh, aber aufpassen, dass der Hahn frei zu ist, gell. Jetzt habe ich gerade echt einen Schock bekommen. So. Ich habe das Ganze vorhin mit Wasser gemessen. Und da passt doch glatt noch 300 Milliliter zusätzlich rein. Jetzt nimmt sie den einfach hier und stellt den einfach rein. Und macht den Stöpsel drauf. Dann kann auch nichts mehr passieren. Und jetzt ist doch mal geil, oder? Ist das nicht geil? Und jetzt kommt das richtig geile, Leute. Bam, bam. So, und was sagt sie jetzt dazu mit Beleuchtung? Mega, oder? Und jetzt kann ich ganz einfach, und jetzt noch einen ganz großen Tipp. Macht den Stöpsel hier nicht absolut dicht. Wenn der luftdicht oben ist, dann geht keine Flüssigkeit mehr unten raus. Also der Stöpsel, der schließt hier schon oben ab. Aber da kommt ein minimaler kleiner Luftspalt, kommt da rein. Und das reicht aus, dass die Flüssigkeit nach unten geht. So, wo ist denn der Hahn? Oh, jetzt muss ich aufstehen. Und lassen wir uns mal hier ein Eistee raus. Ha! Ich hätte nicht gedacht, dass da hier 1,8 Liter reinpassen. Prost, Leute. Das ist doch mal jetzt ein mega geiler Hingucker in einer Bar, in der Küche, im Wohnzimmer, wo auch immer, oder in einer Privatbar. Da muss doch jeder hier irgendwas zapfen und es passt richtig viel rein. 1,8 Liter. Und wenn man da Schnaps rein tut, nach 2 Liter, nee, nee. Aber Eistee geht genauso. Wie gesagt, kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Finde ich richtig cool. So, Leute. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet. Vielleicht baust ihr es ja nach zum Verschenken oder selber für eure Bar. Wie auch immer. Gipfelholz hat ja schon ein paar andere Schnappständer gebaut. Die kann ich euch jetzt hier nochmal verlinken oder unten in der Videobeschreibung. Das seht ihr dann einfach. Schaut da einfach auch mal drauf. So, ich zapfe mir jetzt nochmal hier einen Eistee. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Lasst einfach einen Daumen da. Lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Servus.